Grüß dich, servus und hallo bei uns in Leutkech. Na, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Was treibt dich heute zu? Man muss es doch einmal gemacht haben. Ja, hab ich mir heute noch einen Aufschlag. Hau rein, viel Spaß. Zieh mal durch. Ja. Lennart, jetzt gehen wir hoch. Jetzt packen wir es, oder? So, Lennart, jetzt ist der Punkt der Norwich-Arren, jetzt gehen wir auf die Beine. Ja. So, Lennart, jetzt 1.000 haben wir aufgemacht. Ja, die gehen wir auf. Ja, die gehen wir auf. Ja, gut. Alles gut bei dir? Ja, ja. Wirst du motiviert? Ja. Ja, doch, oder? Ja, doch, geht. Also, gehen wir auf die Beine und wir haben uns mal mit der Beine zu gehen. Okay. Okay. Wirst du motiviert? Ja. 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 Ja, doch, oder? Ja. So, wir sind euch froh. Kannst du jetzt bei der Hand sein? Ja. 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 Na, ist gut. Ja. Spannung steigt, aber auf die Hand. Geht noch. Geht noch. Also, da gehen wir jetzt noch ein bisschen hoch und schauen wir weiter. Ja. Aber raus gehen wir auf jeden Fall. So, jetzt sind wir bei 2.000 Meter. Ja. Jetzt geht's los, ha? Ja. Alles gut? Ja, alles gut. Letzte Worte vor dem Absprung. Also, ich sage, hau rein, viel Spaß. Dann sind wir durch. Jawoll, bis später. Ciao. 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 Woah. Ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut. In die Brüder War geil oder? Das selbe mal von 2 runter Das ist wieder Das ist gut Ja, jetzt geht's Das ist gut Danke So, here we are! Wie geht's dir? Super, war geil! War geil! Wiederholung? Ja, wäre cool! Hau rein! Danke dir! Bis zum nächsten Mal! Servus, ciao! Bis zum nächsten Mal!